Ha 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 Ich glaube ich werde mit noch nicht mal so viel Leben am Endgegner sein Ha 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 Lava Komm Wixi Maus Weißt was? Vlash Herzmaul Probel Santos Ha 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 Wenn er klatscht, hast du ihn aktiviert. Das finde ich voll geil, dass du zumindest da Bescheid weißt. Ich mag die... Oh, Schisser. Hättest du durchziehen können jetzt? Nein. Kannst mich mal flashen, echt. Ich sag, du müsstest eigentlich anfangen vorzuspielen. Dann könntest du die alle Zielkünste sehen. Ja, du mich auch. Nein, nein, nein. Ich cheate erst mal. Ne, mach ich gar nicht. Ich auch gar nicht, was willst du denn? Ach, scheiß auf die Münze da oben. Ich hab gespeichert. Hallo. Robby. Nein. Wollte ich nicht klar, dass... Was ist da eigentlich, wenn du da hochschwimmst? Nix. Cool. Du hättest jetzt eigentlich noch die Raubel rücken müssen. Ach, nö. Hätt ich nicht. Aber ich hätt dagegen schwimmen müssen. Meine Güte, ich fahr zu langsam nach unten. Das ist scheiße. Du levelst in 8. Nein. Flash. Zumpf der Fässer. Flash. Fick dich. Was mach ich denn da? War knapp eben, ne? Vor allem, es gibt es zwar auch einer der wirft, der auch andere Sachen, ne? Ja. Ne, ich glaub. Ja, das war wohl nix. Man kann's nicht spielen, ganz ehrlich. Das ist manchmal so komisch leckt, dann kannst du abdrücken und bist tot. Das hat gar nicht geleckt. Doch, bei mir ja. Du musst bei mir nicht. Bei mir nicht. Das ist manchmal auch andersrum. Dann leckt es bei dir. Und bei mir nicht. Blumms. Blumms ins Wasser. Aha. Blumms ins Wasser. Komm schon. Matsch. Komm schon, blumms ins Wasser. Nehm doch ein heißes Bad. Nein, mach ich aber nicht. Wieder einfach mit seinen Luftblasen, so die Wasser wieder aufquellen kann. Das ist nicht wahr. Ich lass dich, ich lass dich so lange vor. Ich stürze jetzt einfach ständig ab. Nein, tust du nicht. Doch, da will ich mal gucken, wo du alle findest, ob du Geheimnisse findest. Ich kenn die Geheimnisse doch gar nicht. Mann ey, bleib hier. Den musst du nicht töten, ne? Ne. Nein, du musst nur durchkommen. Da steht aber besiege alle Gegner. Wenn er dich besiegt. Ich hab's gemerkt. Matschkever. Aber ja, du bist ja zu riskant. Ich bin nicht riskant. Bin gut. Boah. Ich bin gut und schlecht sein. Richtig. Autsch. Tschüss. Hallo. Nein, warum? Du musst. Nein. Kannst du ja normal spielen. Nö, fick dich. Unglaublich, er hat, nein, er hat mit dir die Zähne geworfen. Ja, aber sie verrückte es eben. Save and continue. Ja, komm, vertreib. War das nicht? Fick nicht gewissen. Fick nicht gewesen sein. Du altes Schwein. Ha, 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 ha. Voll Buggy, Buggy. Nein, da war er. Ja, Flash. Schlecht. Aschloch. Schlecht. Haben die gerade andersrum gedreht? Man kann die, glaube ich, steuern. Glaub ja. Mach ich an. Lalalalalalalala. Die 16%? Oder wer war das? Ich glaube, du. Ich hab der bei Omadon nicht gespeichert. Ach ja. War ich doch nicht am speichern. Hallo, hallo. Ich möchte eine Bananen. Tschüss. Ach, ich dachte, tschüss. So, echt, dass du so einfach so tschüss runterfällst. Warum denkst du sowas von mir? Ich hab Muskeln. Nein, nein. Das war gut. Er hat gesagt, du kommst hin und weiter. Nein. Alles deine Shitflash. Er sagt, du kommst hin und weiter. Ich hänge immer noch ein Simpf fest. Hm? Ich hänge immer noch ein Simpf fest. Ich kriege einen Klops. Bum, bum, bum. Bum, bum. Vor allem, das ist jetzt schon die zwölfte Folge, die wir aufnehmen. Hm. Nee, nicht die zwölfte. Nee, he? Nein! Looper vielleicht. Du musst da rüberfliegen, um das Smartphone zu kriegen. Ich frag einfach nicht. Musst du aber. Oh Mann, du konntest ja einfach aufs Krokodil. Oh, das kann doch nicht sein. Ist aber so. Konntest du das besser? Kann das sein? Ja. Warum jetzt nicht mehr? Ich weiß es nicht. Ich sag ja, es sind immer Aufnahmen, ne? Kennst du ja selbst. Ja. Aufnahmus, Felus, Elefantikus. Ich bin groß, hab blaue Muskeln. Ich bin groß, bin jetzt rütend. Ich bin rütend. Mein Essen ist für dich. Vor allem so krieg ich ihn, ne? Hehehe. Hehehe. Meins, 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 meins. Zurück, zurück, zurück. Hehehe. Aber er ist wirklich in blau, sie ist in lila. Vor allem halt vor die blaue Zunge. Ja. Haben sie nicht dran gedacht. Kann sein. Bei mir an der Springsteen ist das so immer so ein bisschen hellmäßig. Ja. Sum, sum, sum. Hups. Schön. Fick ihn nicht. Doch, doch. Der klaut deine Bananen. Hey, du Sack. Okay. Jetzt musst du es versuchen. Ja, nutzt einfach das Spiel aus. Klar, wieso nicht? Ah, der ist weg. Aber offenbar. Du Pieser. Ja, das hättest du mitnehmen sollen. Hä? Das hättest du mitnehmen sollen. Das ist mir egal. 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 Huchta, huchta, huchta. Jetzt rüber, 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 rüber. Jetzt sogar einen anderen Apple Juice. Ja. Pflaumensaft. Ich bin auch cooler als du. Hehehe. Fach. Den Fablich mag ich Fablich original. Traditionale Originale. Ja, ist mir noch egal, was du magst und was nicht. Kannst dir auch einen Stock in den Arsch schieben. Ist mir auch egal. Wenn das magst, kannst du es gerne machen. Wie? Äh, guck mal, da komm ich noch nicht mehr ran. Ne. Du musst jetzt schön unten so langsam so. Ba-la-la-la-la-la-la-la. Das ist auch nicht so. Wieso? Weil der da mit dir kämpfen möchte, der Herr. Ne, ich will eine gar nicht. Ich will Boxen spielen. Nein, kein Ende in Sicht. Lava-see. Nein. Pumpst doch aus, dann hast du ein bisschen Strom. Hahaha. Hahaha. Hehehehehe. Hehehehehe. Komm mal hier, der will nach so weg. Nach so weg. Hatte ich aber nie. Hatte ich aber nie. Der tut sich wiederbeleben, ne? Irgendwann. Hä? Der tut sich irgendwann wiederbeleben, der K-Far.